UNTERTITELUNG die 2.30, 2.31, 2.32 zu laufen, wenn man das durchziehen könnte. So, mit der 204 Theo und Hessler Wiesbaden LV erste Runde in 60 Sekunden. Also, es ist angerichtet nun mal für eine tolle Zeit hier auf diesen 1.000 Meter Meteos Messler und dieser Theo für ihn, wie gesagt, auch der Höhegruppe dann Edo Schuhe Meisterschaften hier vom Wiesbaden LV und er zieht das Feld hinter sich her in der 5er Gruppe Auf geht's Theo, komm! Auf geht's Theo, komm! Auf geht's Theo! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Wenn man das durchlaufen könnte hier bis 2.30, jetzt wird's natürlich eng. Die letzten 300 Meter wir können schon mal rücken einkraschen. Beginnen wir geraten hier mit der 204 Theo und Hessler mit der 138 Konstantin Flüsinger und dann haben wir die 29 und 400 2.02 der Durchgang jetzt ist man ein bisschen langsamer geworden aber immer noch auf einem guten Weg in Richtung 2.33 2.30 2.20 haben wir jetzt jetzt schiebt sich das ganze eng zusammen und ganz auf die Kiste da vorne am Ende 2.33 3.37 schöne Zeit und jetzt auch gleich der letzte Ziel bei 2.39 aber innerhalb von 6 Sekunden haben wir das ganze 2.80 2.40 3.40 4.70 6.80 7.80